Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Rubin! Wir sind hier auf Route 104 und deswegen dürfen wir uns hier nichts mehr fangen, weil wir bereits Aquana auf dieser Route gefangen haben. Welch lieber ist mein Mund voller Saatgörner zu nehmen? Und sie dann in hohen Bogen auszuspucken? Wende es bei jemandem an, ja ja. Ähm, denken sie. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ein Hinweis noch, eine TM, eine technische Maschine, kann nur einmal beigebracht werden. Wenn einmal verwendet, ist sie dann weg. Denke zweimal nach, wo du ihn jetzt her nutzt. Ja, ja, ist gut. Könnte ich theoretisch unserer Blume beibringen. Uh, aber jeder Bede, sehr gut. Ja, und diese hier auch noch mitnehmen. Blablablubs. Möchtest du? Ja, ich möchte. Vielen Dank. So, und dann sehen wir uns diese TM mal an. Wo haben wir TMs? Hier, Kuhsaatz. Zwei bis fünfmal. Hm, ich glaube, wir warten damit mal noch. Gehen wir noch hier hoch? Weil hier gibt es noch Items. Ah, Pokéball. Hehe, sehr gut. Ähm, dann... Ah, nervt nicht. Was kommt hier? Plusl. Komm, zau mir weg. Zau mir kurz weg. Mit der Speed-Taste geht das ja nicht so allzu lang, nicht wahr? So, zack, weg mit dir. So, gibt es hier oben was? Nein. Aber hier gibt es was? Einen Trank, sehr schön. Ja, immer alle leeren Flächen abklappern. Ah, super Trank. Sehr gut. Und da drüben haben wir... Hier ist nix, okay. Äh, was kommt? Ein Mundtier. Ne, da würde ich gerne flüchten. Vor solchen Viechern habe ich dann doch zu großen Respekt. So, und dann gleich wird wieder gekämpft. Und zwar hier. Hallo. Wer bist du denn? Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Du darfst auch noch um ganz andere Dinge bitten. Außer, wer bist du eigentlich? Ja, doch. Ja, doch. Lady Patricia, du darfst um einiges mehr bitten als nur. Um einen Kampf. Level 7 schon. Okay, gut. Äh, erstmal... Ah, ich wollte schon sagen, dann bist du schneller. Aber Ruck, Zuck, Kiep, okay. Erstmal Nachtnebel. Mal sehen, wie das Schaden das macht. Ja, ist ganz okay. Muss ich nicht mal auf Wickel wechseln. Und... Zack, frisst das hier. Und er reicht noch nicht ganz. Äh... Das wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, Patricia, ja. Nur so zum... Nur so zum Sagen. So, es reicht einfach immer noch nicht. Ein bisschen Speed-Taster verwenden. Zack. Silberblick, okay. Und noch ein letztes Mal. Ja, du greifst natürlich noch zuerst an. Und das war's. Sehr schön. Level 11. Dadadadadadadadadadadadad. Oh, du meine Güte. Okay. Ich denke, wir verwenden mal... ...eine Sinebeere. An... ...Metroid. So. Nugget ist auch angeschlagen. Aber ich glaube, wir lassen das mal noch. Dann bekämpfen wir erst mal dich hier. Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Ja, wenn du das möchtest, dann werde ich dir diesen Willen nicht nehmen. Bruder! Leute, das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt echt ein Problem. Eine Frage. Nee, noch nicht Hüpfee, okay. Okay, wir haben ein Problem. Nach Nebel. Wenn das Vieh jetzt beispielsweise Drachenwut beherrscht, dann haben wir ein Problem. Ziehen wir einen Blick, okay. Darfst du machen. Nee, bei Drachenwut, dann hätten wir ein verdammtes Problem. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hoffe ja. Immer 40 KP. Und das bei solch einem niedrigen Level. Raserei. Okay. Ist noch okay. Und jetzt besiegt das Vieh. Das gibt bestimmt massig Erfahrungspunkte, könnte ich mir vorstellen. Jo, sehr gut. Weg damit. Und? 327! Das ist doch ganz ordentlich. Latios! Holy shit! Ähm... Was soll ich tun? 18, 19... Ja, ich denke, ich wechsle mal auf Angela. Ich hab doch nichts gegen solche Pokémon, verdammt. Musst du mich denn verarschen? Hallo, Latios. Latios, Verzeihung. Konfusion. Was sehen wir für Schaden? Das macht... Ah, nicht wirklich viel. Aber du bist... Oh, du bist verwirrt. Klasse. Oh, super. Das könnte jetzt hilfreich sein. Triff dich selber, bitte. Bitte. Yes! Sehr schön. Weiter geht's, Angela. Das Vieh hauen wir weg. Ah, okay. Und nicht mehr shit. Nicht mehr verwirrt. Was tust du? Psiwelle. Dürfte auch nicht so großen Schaden machen. Ne, passt. Und hau es weg, Angela. Hat die einfach einen Latios? Ich mein, what the fuck? Und die Erfahrungspunkte? 316. Auch gut. Was fällt dir ein, einfach einen Latios zu haben? Das gibt's doch gar nicht. Verdammt nochmal. Wenn du vor einer Entscheidung stehst und einen anderen für dich entscheiden lässt, wirst du es bereuen. Egal, was dabei am Ende herauskommt. Ja, das stimmt. So, dann Doppelkampf. Okay, Doppelkampf. Ich würde sagen, Metroid und Blume passt eigentlich. Hallo Mädels. Okay, dann lass uns mit unseren Pokémon kämpfen. Ist es ein Doppelkampf? Ja, ist es. Okay. Was habt ihr denn zu bieten? Goldini und Nidoran. Ist jetzt an sich theoretisch ziemlich gut. Ist jetzt theoretisch ziemlich gut, aber ich denke... Na komm, das passt schon. Wir erledigen zuerst auf jeden Fall das Goldini. Definitiv. Ja. Und Rankenhieb von Blume. Passt. So, eines ist weg. Und zu zweit werdet ihr dann das wohl noch hinkriegen, hoffe ich, oder? So, Nidoran. Was tust du? Silberblick. Auf. Auf beide. Es trifft beide, okay. Ja, ich kenne mich noch nicht so aus mit Doppelkämpfen. Tut mir leid. Okay. Nachtnebel und du setzt Edelsamen ein. Weil Blume kann noch ein paar KP vertragen. Joa, gar nicht mal schlechter Schaden. So. Und... Gib her. Gib her deine KP. Joa, passt. Wunderbar. Okay. Na komm, wir besiegen's. Passt schon. Danke, Nidoran. Hieb. Vielleicht reicht doch bereits der Nachtnebel aus. Wir wissen's nicht. Komm, wir können das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ich möchte es nicht allzu sehr übertreiben damit, aber ein bisschen, das geht schon. Gut, und weiter geht's. Ähm. Ja, ich hab gesehen, da unten sind noch Trainer. Aber hier oben gibt's noch ein Item für uns. Hier oben müsste es was geben. Ja, da. Mainz. X-Abwehr. Ja, ich glaube, ich weiß schon, für was ich das verwenden werden muss. Was verwenden werden muss? Ja, doch, stimmt. Okay, habe ich unten haben wir noch Beeren und eine alte Dame. Wenn du Beeren siehst, die im Nebenboden wachsen, drücke sie ruhig, aber pflanze eine neue Beere an an dieser Stelle. Das ist einfach nur höflich. Hier, nimm das. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, du siehst aus wie ein Trainer. Du bist auch einer, stimmt's? Trainer geben dir den Pokémon manchmal Beeren zu tragen. Es liegt an dir, ob du Beeren pflanzt oder verwendest. Ja, 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 ja. Ich will nicht mit dir... Hallo? Ich will nicht mit dir reden. Danke. Und nein, ich möchte die Beeren nicht wieder pflanzen. Das mache ich nie. Am Anfang sind die Beeren ziemlich gut, aber anschließend dann nicht wirklich. Okay, bekämpfen wir dich. Ich glaube, du hast sechs Pokémon, oder? Warum soll ich ein Geheimnis draus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte. Du kennst mich nicht, wie? Okay, Wasser-Pokémon. Okay, du hast nur drei. Da ist ganz bestimmt kein Wasser-Pokémon. Äh, shit. Das ist jetzt ein Problem. Wow, Wickel macht relativ guten Schaden, muss ich sagen. Ja, jetzt natürlich nicht mehr. Aber, shit. Ich denke, ich muss bald auswechseln. Nee, es passt noch. Ja, ja, ja. Ja, ja, kommt noch einmal und weg mit dir. Perfekt. 327 Erfahrungspunkte. Super. Sehr gut, Metroid. Dann Kusilla. Ähm, Kusilla, 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 Kusilla. Ich denke, Aquana versucht das mal. Los, Aquana. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass mir das Spiel einfach so ein Aquana geschenkt hat. Hallo, kleines Kusilla. Frist and Tackle. Wow, super. Pfund. Süß. Süß. So kritis sogar. Sehr süß. Zack, weg. Gut. Okay, 111 Erfahrungspunkte. Und ein Simsala. Wollt ihr mich verarschen? Metroid. Ja. Mein Gott. Starke Pokémon sind hier unterwegs. Das wäre mir nicht so sehr gefallen. Hm, aber ich denke, mit Metroid sollten wir das ohne grosse Probleme hinkriegen. Bums. Ja, war nicht schlecht. Ja, das dürfte nicht allzu grossen Schaden machen. Nü. Und nicht verwirrt sein. Danke. Was kann... keine AP mehr übrig. Äh, muss ich das halt mit Wickel machen, aber das passt auch. Siehkraft. Äh, nicht meine Genauigkeit senken. So, kommt noch einmal Wickel. Zack, und das war's für dich. Hahaha. Sehr schön. Und kein Level Up. Angler Angelo wurde besiegt. Ich dachte, ich wäre gar nicht so schlecht. Ach, Mist. Tja, hast du davon. Wunderbar. Dann können wir nach Metaerost City. Und zwar möchte ich zuerst ins Pokémon Center gehen, bevor irgendwas passiert. Dann sollte ich theoretisch noch Bälle kaufen gehen. Wobei, äh, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ähm, hallo Typ, wer bist du? Oh, wer mag das wohl sein? Ein neues Gesicht in dieser Gegend. Bist du gerade in die Pokémon Trainer Schule gegangen oder davon hergekommen? Nein, bin ich nicht. Ich bin jetzt hier nur interessiert am Zerschneider. Ja, hier. Wunderbar. Hallo Typ. Hör, diese Entschlossenheit, deine Beweglichkeit, deine Hingabe für Pokémon, du bist wirklich ein talentierter Trainer. Nein, warte, sag nichts. Ich brauche dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund zerschüchtert zu sein. Hier, nimm sie. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, ja, zerschneider, ich weiß. Ja, 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 klar, ja, sicher, genau, ja, ja, gut. Könnten wir eigentlich gleich jemandem beibringen. Ich hoffe, ich habe das so eingestellt, dass das alle lernen können. Ja, können sie, perfekt. Ähm, ich überlege. Blume vielleicht. Ja, komm, für den Anfang können wir jetzt schon Blume beibringen. Ähm, gegen Heule natürlich. Wobei, naja, komm, das passt schon. Das passt schon. Wunderbar. Und dann gehen wir direkt zur Arena, würde ich sagen, und bekämpfen mal ein paar von diesen Typen da drin. Einer oder zwei vor der Leiterin. Zwei, okay. Und das hätte die Trainer in einer Arena nicht. Ich zeige dir, warum wir die Besten sind. Ja, da bin ich mal gespannt. Wenn du der Beste wärst, dann wärst du in der Pokémon-Liga, mein Freund. Panzer, Iron, holy shit. Das ist jetzt gar nicht mal so cool. Schnabel. Ja, Schnabel, Autsch. Ja, dein Panzeren ist jetzt gar nicht mal so gut, mein Freund, ja. Aber cool, muss man sagen. 360 Erfahrungspunkte, perfekt. Und dann hast du ein, nochmal ein Brutalander, verarsch mich nicht. Ähm. Angela, komm. Ich denke, es ist am besten, wenn du das machst. Solange das Vieh keine Drachenwut beherrscht, dann ist alles gut. Bedrohung, vermindert Angriffe. Interessiert mich nicht. Hau das Mistvieh weg, Angela, okay. Ja, beinahe. Sehmalblick, gut. Und, weg damit. So, bist du jetzt der beste Trainer? Oder einer der besten? Ich glaube ja nicht. Ich meine, du hast coole Pokémon, zugegeben, aber, na, du kannst scheinbar nicht damit umgehen. Seedra King. Seedra, Moment mal. Wir bleiben, wir bleiben bei Angela. Hm. Sehr cooles Pokémon. Level 8. Okay. Aqua Knarre. Aquana, hast du gesehen? Diese Attacke solltest du so bald wie möglich lernen. Und wenn es dann irgendwie möglich ist, okay? Und weg mit dir. Das ging jetzt sogar sehr gut, würde ich sagen. Aber ich denke, für den Orden reicht es nicht mehr. Äh, du warst viel zu gut für mich. Ne, ich denke nicht, aber den nächsten Trainer bekämpfen wir auch gleich noch. Hallo Typ. Wenn du mich nicht besiegen kannst, hast du keine Chance gegen Felicia. Ja, das ist mir auch klar. Wenn ich gegen dich versage, dann kann ich das Spiel eh gleich sein lassen. Ein, wow, Diktri. Hallo, Diktri. Ich denke, ich versuche mal, wobei die, ich weiss nicht, was das Vieh drauf hat. Deswegen, einfach mal testen, was es so kann, was es so aushält. Ja, Kratzer. Okay, nicht weiter wild. Ah, Sinelbeere kommt zum Einsatz. Super. Sehr schön. Nochmal Nachnebel. Kaum schon Metroid. Hau das Vieh weg. Heuler. Ja gut, dann heul halt. Heul um dein Leben. Und nochmal Nachnebel und das Vieh ist weg. Bums. So. Ich könnte auch noch eine Route weiterrennen kurz und mir ein Pokémon fangen, aber ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part. Genauso wie die Arena. Wir gehen jetzt noch gemütlich zurück. Pokémon heilen. Wisst ihr was? Ich laufe nicht. Ich lasse uns von Angela da hinbringen. Und gut, und da wären wir bereits. Cool. So, blablabla, blups. Willkommen im Pokémon Center. Danke, tschüss. So, wunderbar. Kann ich in Meta-Ross seht, welchen Pokémon fangen? Ne, es gibt kein Wasser. Außer ich könnte hier im Brunnen angeln, aber ich glaube nicht. In Blütenburg City, da kann ich mir noch was fangen, sobald ich surfen kann oder eine Angel habe, aber mal sehen. Auf jeden Fall, im nächsten Part kämpfen wir gegen Felicia. Aber das war es bereits für diesen Part. Leute, vielen, vielen Dank für's Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.